Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Oh, hallo, Viktoria. Ich war gerade in der Apotheke Rote Nase. Komm dort auch mal vorbei. Gute Idee. Ich hatte auch gleich wieder vorbei. Hoffentlich haben sie was gegen meinen Husten. Hallo, hast du einen besonderen Wunsch? Ja, Tanja. Ich habe Husten und Schnupfen. Da habe ich genau das Richtige für dich. Halt, stopp, warte. Ich habe ein Rezept bestellt gegen Husten und Schnupfen. Das Paket ist da. Oh, das ist sehr gut. Da kann die Patientin gleich eine Packung mitnehmen. Apotheke Rote Nase ist für jeden kleinen Hase. Sie haben mir super geholfen. Sauerkrautschnaps gibt dir einen Heavy-Klaps. Liebe Leute, habt ihr denn schon mal den Pitbull-Sauerkrautschnaps probiert? Wir haben mal ein paar Leute gefragt, wie sie ihn finden. Als erstes Olga. Ich als Bürgermeisterin finde den Sauerkrautschnaps super. Ich trinke ihn immer nach einem Kongress. Danach habe ich die Stärke von 20 Elefanten. Als nächstes fragten wir unseren Kommissarklösschen. Ich als Kommissar finde den richtig super. Er lässt mich abtauchen und ist richtig lecker. Löschen, der lässt sich bestimmt nicht abtauchen. Hier gibt es ja gar kein Teils. Übrigens, ich bin Inge und ich benutze ihn eher zum Reinigen. Das macht die Möbel richtig sauber. Ich bin Werther und ich finde den Pitbull-Sauerkrautschnaps toll. Er gibt nicht nur Energie, sondern ist auch blau. Und schmeckt super nach Sauerkraut. Ich liebe Sauerkraut. Sauerkrautschnaps gibt dir einen Paddy-Klaps.